Ich mache erst die Alpha-Packs und dann die Bravo-Packs. Vielleicht steigert sich das hier ins Gute noch. So. Alpha-Pack. Ja, danke, dass ihr dabei wart. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich hab 10.000 auf mich reingesetzt. Ich hab auf 4a gewettet. Die Sache ist, ich hab 100k fast, dann könnte ich mir noch mal 25 Pack holen. Kann ich sogar gleich. Ne, ich fand bis 180, Schuss drauf. Wer ist er denn? Die Brille mit dem Schneuzer. Ne, vielleicht die andere mehr. Ey, die Alpha-Packs kannst du so in der Pfeife rauchen, das ist heftig. Ja, da wird so oder so ein Black-Eyes drin. Ich hoffe. Ich hab auf ja gewettet. Oh. Oh. Ich bin gespannt, ich bin gespannt. Oha, oha. Oha, komm. Ich bin gespannt wie ein Bettladen. Oh mein Gott, Junge. Oha. Oha, das ist. Hältst du hier Grenzen, sag ich jetzt mal. Du hast einen normalen Pack. Ja. Wetter auflösen muss jemand. Ich freue mich jetzt aber nicht so drauf, aber... Sound resumt. Ach, guck mal. Ab jetzt nicht so rein. Schmutz. Egal, ich kann mir die 25 Packs gleich kaufen. Was ist das denn? Wieso ist das denn kein, äh... Ne? Genau. Achtung, fertig. Ach, Mann. Das ist eh vorher. Dafür hab ich eh schon ein Black-Schmois. Sonnestag-MW, okay, dann nicht. Nico, ich bin dabei. Ich habe vorhin auf der Konsole schon die Beta gezockt, aber ich hoffe, dass es auf dem PC sich anders anfühlen wird. Ah, die Packs kannst du vergessen, was soll ich denn sagen? Gridlock hab ich schon. Hä? Sandsturm. Ich dachte, das ist der Gridlock-Skin. Der sieht, glaub ich, so ähnlich aus. Kann das sein, dass wir heute nur zweimal gewonnen haben auf Outback? Wir haben heute alles verloren. Wir haben heute alles verloren. Outback und Dings haben wir gewonnen. Drei gewonnen. Und drei verloren oder so. Wir haben verloren. Jawoll, bravo. Wir haben schon vier allein. So ist das! Ach, nee, er ist nochmal gezogen. Oh mein Gott. Das ist sexy. Hab ich auch. Das ist echt süß. Piss dich. Keine Points. Ich hab bei Yann aber die ganze Zeit G36 gezockt, die fei ich im Moment übelste. Ich hab auch Bravo-Packs. Ja, guck mal, Bravo-Packs sind viel besser. Wenn ich jetzt auf... Warte, 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 warte. Wenn ich jetzt auf Ja klicke, dann kommt's eh nicht. Ich direkt aufziehen den Bums. Nein, warte, warte. Oder ein paar Leute, die... Junge, warum wetten denn so viele Ja? Seid ihr fertig? Das heißt nix. Ne? Der sieht nicht so nice aus. Weil die Schatzskind finde ich aber auch hässlich. Egal. Gab's doch auch beim E-Sport-Pack, glaub ich, früher. Ich habe in den letzten fünf Minuten mehr Black Ice gezogen, als in den letzten zwei Seasons. Das ist schon lucky, würde ich sagen. Das ist schon die nächste. Warte, ich reite mich mal auf. Ah, schade. Na, Jey. Fertig. Ja, lass, äh... Ohne Wetten machen. Ich glaub, das dauert sonst zu lange. Junge, was ist denn das? Wie viele Lilane kann man denn bekommen? Was ist das denn? Kriegt der denn? Wo ist das denn lila, Junge? Alter, du kriegst die größte Scheiße aus den Lila-Packs. Hey, das hässlich. Junge, wie viele Fake-Eises ziehe ich denn heute? Ehrlich mal ein Goldenes. Oha, das wird ein Schild Black Ice. Nee, die Touch-Head-Gear. Die komische Touch-Head-Gear. Ich hab ja schon Monty Black Ice. Ich weiß gar nicht, ob ich Blitz hab. Aber jetzt hab ich's guck. Touch-Head-Gear. Was ist das denn? Oha, Plasma-Pick, dass das wieder drin ist. Wieso, schade. Das ist wohl nicht. Früher gab's das mal und jetzt ist es einfach wieder da drin. Recycled. Ich glaub, ich quipp das ehrlich auf ein paar Waffen. Ich hab das Attachments genau rausgezogen. Der Lörr ist vorne dran, Junge. Boah! Ja, aber Schmutz. Boah, ja, komm. Ja, die Bravo waren's nicht so. Was ist ey denn? Geschmolzner Käse oder so? Pizzaman. Ja, ne. Komm, Mossy ist verscheuender Pizzabruder. Wir fehlen 680. Boah, besser ist, Junge. Guck mal, der Shift-F2. Rümpf, komm, ob du Mission einsammeln kannst, Marven. Kannst. Ich... Kannst. Ich... Geht das noch? Rom auf Rainbow Six. Musst du. Schon voll vergessen wie das geht, weil ich das nie mache. Dann auf Herausforderung. Muss man die hinzufügen? Dann auf Herausforderung. Dann auf Herausforderung. Nein. Ich muss auf Herausforderung. Dann kannst du einsammeln. Ui. Ne. Oh. Ey, aber... Wie geht die... Hallo. Das sind ja nur XP's, Junge. Natürlich kriegst du auch Winone. Ja, da kommt auch. Aber du kriegst alles für Battle Pass, glaub ich. 850. Was ist das alles? Der kriegt jetzt 70.000 EP für Battle Pass, Junge. Ich hab das nie aufgeholt. Er kann ja mal bitte die Wette auflösen, das ist unfair, wenn er sich jetzt noch 20 Packs kaufen. Mein Game hat sich aufgehangen. Vorüber geh ich zur Verfügung. Oh mein Gott. Egal, ich hab die. Ich hab die. Ich hab die. Ich weiß nicht, wie viel ich hab. Ach, vier Stück. Ach, für Ja? Was Ja? Warum Ja? Ich mach einen schnellen Hasen jetzt. Ich guck jetzt nach, wer das war. Das ist nochmal Fake. Oh mein Gott. Kann man aufziehen. Damn. Oh, das ist ein Duplicate. Fertig, komm. Oder Diegel. Der ist sogar los. Es gibt aber auch. Aber ich sag's jetzt, zieh ich RFC Black Ice. Nach all den Jahren. Spaß, werde ich niemals bekommen. Meinst du. Hast du ja immer noch nicht, ne? Mann. Werde ich auch nie bekommen. Ich verkaufs mein Account. 720 Euro. Wenn der Schlagel zieht das jetzt einfach. Ich zieh halt nur Duplicates gerade. Oh, hab ich schon. Aber Black Ice. Oh mein Gott. Kommando würde ich auch noch genauer aufgeben können. Oh mein Gott. Ehh. Wer ist er denn? Boah. Spongebob. Oh mein Gott, Junge. Spongebob, aber wir waren Frankfurt zu besuchen. Oh, das sieht zig aus. Junge. Dein Geschenker muss abgelaufen. Das sieht absolut... Wie viele grüne? Was ist eigentlich dieses Wind Bastion? Warum zieh ich nur Wind Bastion Dinger? Die aussieht wie verbrannter Käse. Hm. Ich zieh nur noch grüne. Ja, aber das hat vier Black Ice oder so gezogen. Noch ein grünes. Wieder verbrannter Käse. Jo, du trinkst ja nur. Ah man. Ich glaub die guten Packs sind weg. Sagt der und zog nen lilanes. Nein. Es ist das, was ich eh equipped hab. Scheiße. Melon. Ich glaub den hab ich auch. Ich hab so viel schon. Ich mein mit Level 300 noch was, ne? Hab mal ein bisschen was angesammelt. Noch mehr grün. Von den letzten fünf. Weiß ja nicht. Oh. Die Sache ist golden, ne? Sind immer die hässlichsten, hässlichsten Sachen, ja. Ohohohoho. Was ist das denn? Ach du Kacke. Hab ich noch nie gesehen. Ich auch nicht. Das ist gar nicht mehr so scheiße aus. Du kannst halt nochmal drei Packs kaufen. Vier Packs. Ach scheiß drauf, das spare ich wieder. Wieder nicht. Na, spart. So, ich glaub das ist meine letzte Hoffnung auf was richtig schönes. Oh. Was ich natürlich übelst feiern würde, ist Boss G Black Eyes, aber. Oh, das wär, das wär glaub ich echt. Das wär glaub ich anders. Nice, aber. Schade. Ich wollt's, ich wollt's irgendwie, weiß ich nicht. Ubisoft Götter wollte ich callen, aber es ging nicht. Redlock. So, letzte ist jetzt grün. Leider blau. Auch ugly. Äh. Beste war tatsächlich DMR Black Eyes. Der Rest war nicht so. Schnieke. Dann, ladies and gentlemen, danke für den Stream. Heute haben wir es geschafft von mich, mich von kurz vor P2 auf Gold 1 zu kriegen. Hat übelst Spaß gemacht. Worauf kommen sie ran? Naja, startet gerade. Ich glaub in der Zeit öffne ich ganz kurz meine vier Packs. Scheiß drauf. Alpha Pack Air War ist hier erledigt. Okay, tschüss. Du musst einmal kurz den Battle Pass angucken. Jojo. Ja, dann hast du bloß mit einem Ohr hier und am anderen Ohr bist du in mir. Was, Black Eyes? Uff, Gold. Gestaltungstechnik Standpunkt. Echt, heiliges Kalonenrohr. Also, so könnt ihr rumlaufen, wenn ihr wirklich nach einem Headshot schreit. Wenn ihr unbedingt einen haben wollt. gibts! Nein. Bravonenrohr. Bravo sogar. Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Aces! Hör auf, halts mal! Ases Junge! Oh, hab mich verklickt. Als ob du das noch nicht hattest, das konnte man nicht kaufen. Junge, der Frostmane hat jetzt Frost Black Eyes. Junge, das konnte man für 2000 Punkte oder so kaufen. Als ob ich 2000 Punkte ausgebe, ich krieg's doch for free aus dem Pack. Normalen Renown meine ich. Junge, jetzt bin ich ein Frostmane. Richtig und wichtig war das. Ah, sieht gut aus, ne? Richtig und wichtig war das.